servus youtube und willkommen zurück bei mir auf den kanal und hier haben wir wieder einen funko pop und zwar wieder zu black mirror und zwar das gegenstück zum letzten und zwar die nanette kohl sie sind vier episode 1 immer die verpackung gedreht also robert telly haben wir ja schon gehabt und jetzt haben wir die nanette ok verpackung wie immer bei die pops üblich ich würde sagen ich hole sie mal raus zeig sie euch also bis gleich so und da sind wir wieder mit nanette und wir schauen sie uns mal einmal an wenn sie herumkreist sie hat ein paar kleine marken habe ich jetzt gesehen nachdem ich sie aus der verpackung geholt habe kann aber auch sein weil sie schon länger in der verpackung ist also muss nicht unbedingt vom hersteller prozess sein und ich würde sagen wir schauen sie uns aus der nähe an hier haben wir eine kleine macke an den haaren aber so hat sie vor das haare hier noch eine kleine macke sie hat auch eine nase den kopf bewegen geht diesmal nicht der ist sehr verankert sehr schwer da lassen wir lieber bleiben nicht dass was abbrechen hier ist das abzeichen uniform sehr schön gemacht auch gut bemalt die stiefel sehen fast aus wie gummistiefel der stand ist dabei bei ihr dann sind wir hier aber auch schon durch ist ja ein quick look geht schnell soll schnell gehen also könnt ihr mir gern wieder eure meinung zu dem pop unten in die kommentare schreiben ich freue mich über jeden kommentar lasst ein like da wer es noch nicht ist drückt den abo button kostet nichts ich bedanke mich fürs zusehen und auf wiedersehen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal